Hey Leute und willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Team 2 ist beim Ziel. Der einzig schöner Tag war gestern. Das war's für heute. Und geh baden. Wachsam bleiben, Leute. Sichtkontakt beim Geländer. Feuererlaubnis erteilt. Schalldämpfer einsetzen. Was? Hä? Ja, er hat ihn nicht erschossen. Die hatten Schalldämpfer, ja, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, die anderen hätten Schalldämpfer. Wachsam bleiben, Leute. Sichtkontakt beim Geländer. Feuererlaubnis erteilt. Schalldämpfer einsetzen. Alles in Ordnung. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Was? Ja, welche Leute sind die Geiseln? Das... Alles in Achtung. Also, das ist, ähm... Sechs Stück übrig, okay. Ich weiß halt nicht genau, welche jetzt davon eine Geisel ist und welche davon jetzt diesen, wo wir erschießen müssen. Das ist alles Problem. Ich denke, das hier ist eine Geisel. Warum ist die... Warum? Ich weiß, was ich... Diesmal stoße ich hier vor. Da bin ich nämlich aus dieser Perspektive... Bin ich ja. Also, vielleicht mache ich das doch. Ich dachte, ich hätte die Geisel erschossen. Alles in Ordnung. Dann habe ich wirklich wahrscheinlich hier eine erschossen. Ja, ich habe ja einfach... Roger Hotel 6. Team 2 wird sie sichern und evakuieren. Ab nach oben, die restlichen Zivilisten finden. Okay, ab nach oben. Kommando, wir rücken zu Deck 2 vor. Augen offen halten. Sektoren beobachten. Feindlicher Heli auf Patrouille. Aufpassen, Hotel 6. Roger. Feindlicher Heli. Verstecken. Hotel 6. Weitere Geiseln bei ihrer Position. Verstanden. Das war knapp. Kommando, alle Geiseln auf Deck 2 gesichert. Gruppe 5, прием. Отwетьте, base. Mike, du da? Отwеть, base. Wir zahlen, Gruppe 5. Feindlicher Funk. Ich glaube, wir kriegen Gesellschaft, Sir. Nun zum Plan B. Wir deponieren hier C4. Los. Erhöhte Position beziehen. Wenn Sie den Köder erreichen, schlagen wir zu. Da ist die Patrouille. Nicht schießen, bis Sie näher sind. Warten. 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 Los. Kommando, Hotel 6. Wir sind aufgeflogen. Verstanden. Es müssen auf dem Oberdeck noch weitere Geiseln und vielleicht Sprengsätze sein. Sie müssen den Standort sichern, bevor wir Verstärkung schicken können, die sich um die Gegenstellung kümmern. Aufpassen. Warte. Vorderheil Evakuierung bei Landezone Bravo an. Wir sollen schnell das Oberdeck einnehmen, damit die Marines schicken können. Bewegung. Begegnung. Bewegung. Ziel neutralisiert. 5, 2, 7, 2, 1. Nicht los. Wir halten hier aus. Mal am Boden. Ach. Ach. Leck mich doch. Eine Sache regt mich auf. Wieso ist man instant tot, wenn man geschlagen wird? Ja, okay. Man wird ausgenockt. Ja. Och nö. Ich glaube, das ist mal einfach da oben. Das regt mich halt so auf, ey. Instant dead. Einfach. Ja, und jetzt wieder Wahnsinn. Schau mal da, wie schön das hier aussieht. Ja, wie ist das wohl? Es müssten auf dem Oberdeck noch weitere Geiseln und vielleicht Sprengsätze sein. Wir müssen den Standort sichern, bevor wir Verstärkung schicken können, die sich um die Raketenstellung zu kümmern. Aufer. Sofort. Rotter. Vorderheil Eva, guck hier hoch, mein Landezone Bravo an. Wir sollen schnell das Oberdeck einnehmen, damit die Marines schicken können. Bewegung. Robert. Kontakt bei mir auf 1 Uhr. Bewegung. Dafür gehe ich da nicht rein. M-m. Hab ihn. Hey, wo schießt du hin? Kontakt im Süden. Ich hab nicht auf dich geschossen. Hör auf, rumzurollen. Ich hab extra da aufgeachtet, nicht auf dich zu schießen. Außerdem kann ich dich doch gar nicht treffen. Zerwisch. Kontakt bei dir auf 12 Uhr. Wir sind. Zwei verwegt sich bei den Fössern. Habt Ziel im Visier. Ziel neutralisiert. Ziel auf 1 Uhr. ja ich habe daneben geschlagen das hat sich der scheiß das ist wie der scheißpart an dem nahe kauf angriff der gute part ist dass er one hit macht der scheißpart ist wenn du daneben schlägt daneben stehst dann bist du am arsch das aber mir kann eben der fall hotel 6 team 2 evakuiert die geisel von den unteren decks sofort aufs oberdeck vor ja ja ich bin doch nicht hoch weiter auch gott ja was ist mit ihm hat das halt da aus ne das tut mir jetzt natürlich schrecklich leid manche die bewegen sich echt so blöd rum dass man echt was denkt das sind welche aus deiner truppe aber dann sind die einfach gegner die wohl einfach nix checken ach jetzt ja jetzt halt auf deine wand danke wir müssen nach oben und alle weiteren geist bevor wir die marines rufen aufteilen und durch die gänge hier ausschwärmen und aber ach es geht es da ja ja Nein, 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 ich kriege mich nicht. Hm, da ist was dran, ja. Nein, du schlägst mich nicht, du Arsch. Nicht auf die Fässer schießen. Sicher. Raum ist sicher. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was ist das hier für ein Raum? Gute Arbeit, Hotel 6. Marines werden abgesetzt und übernehmen die Raketenstellungen. Team auf Phase 2 der Operation vorbereiten. Ende. Hunter 2-2 hier Punisher. Vorhin wird gesichert. Alle Sprengstoffteams haben Landefreigabe. Roger Punisher, Hunter 2-2 hat verstanden. Punisher hier Phoenix 1-1. 2F15 sind unterwegs zum Landquadrat 257-221. Erbitte Statusbericht. Punisher an alle Fliege bei Landquadrat 255-02. Lokaler Luftraum ist gesichert. Wiederhole, lokaler Luftraum ist gesichert. Vorrücken zum Zielgebiet auf Route November 2. Punisher hier Hunter. Hunter 2-2 sichern die Raketenstellungen an der sie festlichen Ecke des Hauptdecks. Hunter 2-3 rückt zum Bord vom Gebäude vor, um die Sprengplätze zu entschärfen. Punisher an alle Einsatzteams. Alle Raketenstellungen neutralisiert. Alle Raketenstellungen wurden neutralisiert. Luftraum wieder sicher. Die 6. Flotte räumt auf. Wird Zeit einzuschreiten. Lange Geschichte dieses Gebäude. Das meiste davon ziemlich hässlich. Er ist ein Schloss. Mit richtigem Kerker. Sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die die Regierung nicht wollte. Aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges. Von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 6-2-7 ist das Ziel, das Makarov will. Also lassen wir ihn frei. 30 Sekunden. 2-2-1. Ihr Jester 1-1. Zwei F-15 sind unterwegs. Vier Harms für den Abschnitt. Bereithalten für Angriff. Over. Bestätigt, Jester. Ausschalten. Zielerfassung. Box 3. Box 3. Guter Abschuss. Guter Abschuss. Hole 2-1. Sie haben freie Bahn. Viel Glück. Ende. Hole 2-1 verstanden. 2-2. Alles verstanden. 2-3 bestätigt. Der Gula. 2 greift an. Verstanden. Beschuss für den Gefangenen Nummer 6 und dann 27. 2-2. 2-1. Alle Scharfschützen. Ihr McTermish. Bereithalten. Stabilisieren. Verstand alle Scharfschützen. Angriffsfreigabe. Nach rechts. Positionwechsel. Stabilisieren. Bereithalten. Implisieren. Oh oh. Bitte laden nach. Nach rechts. Positionwechsel. Oh, ich hab sie. Vier Feinde auf dem nächsten Turm. Äh. Mehr Fohlen nicht mehr. Äh. Mehr Fohlen nicht mehr. Äh. Verdammt haben. Ich dachte das wären die Guten. Schluss damit Coast. Ruhig bleiben. Zweite Melle los. Bereithalten. Drei Meter. 2-1 landet bei Ziel. Lauf du aus. Drei geht in Beobachtungsposition. Für Scharfschüssen. Unterst Kung. Drei. 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 Alles bestätigt. Drei. 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 Ziel neutralisiert! Whisky! Kontakt auf Helmruhe! Wechsel das Magazin! Messer! Ziel unter dem Stacheln, hinter der flachen Mauer! Absichtkontakt! Ziel neutralisiert! Ziel unter dem Stacheln, hinter der flachen Mauer! Ich seh's doch! Ich schieße schon die ganze Mauer! Ach du heilige Scheiße! Was war denn das? Ich hab' so viele Namen! Schuss! Mitleid! Hier Person oben auf dem Dach des zweifeligen Gemeindes! Absichtskontakt! Whisky! Kontakt bei dir um die Uhr! Ich kann nicht schießen. Ich sehe ihn nicht. Es geht los. Wir gehen rein, schnappen den Gefangenen 627 und verschwinden. Ecken überprüfen. Los! Bruch! Hör Feuer! Bruch! Da vorne ist der Bruch aus! Die hat mir noch Schaden gemacht? Leck mich da, Hamasch! Oh Gott, Hilfe! Oh, das war knapp, ey! Ich bin sicher! Okay, ich bin drin. Ich verfolge Ihren Fortschritt auf die Überwachungskamera. Verstanden. Ist die Position von Gefangenen 627 bekannt? Negativ. Aber da ist ein Scheinwerfer auf ihrem Stockwerk. Das sollte es einfach haben. Roger! Aufpassen! Der Gefangene ist vielleicht in einer dieser Zähne. Ghost! Hier ist eine Sicherheitstür! Öffne! Ich bin dabei! Diese Hardware ist urheil! Passes! Fein mit der geplichteten Zettelstür! Verstanden! Bereithalten! Geschafft! Schon besser! Los! Brody! Kontakt bei der Zettelstür! Boah! Boah! Alter, hab ich mich erschrocken! Die Zelle ist gesichert! Bewegung! Sprechen Sie mit mir, Ghost! Die Zellen sind leer! Ich schaff! Gefangener 627 wurde in den Ostbrüchen verliebt! Sie müssen durch die Waffenkammer empfehlen! Das ist der schnellste Weg! Roger! Trupp, runter in die Waffenkammer! Bewegung! Brücke vor! Sehen Sie etwas Schönes? Schlechte Nachrichten! Ich sehe drei... Nein! Vier feindliche Trupps, die sich ihrer Position nähern! Ich kann Sie kommen, hören! Wir sind hier zu ungeschützt! Ghost! Tür aufmachen! Schössstassen! Wir haben Sie total verriegelt! Ich muss einen anderen Weg nehmen! Zu spät! Sie sind schon da! Ach du heilige! Ach du Scheiße! Ich hab's was! Geh über den Notstromkreis! Los, los, los! Ich ziehe mit dem Schild das Feuer auf mich! Sie schalten Sie aus! OSK! Sie bewegen sich! Kann nicht feuern! Wo nah zu gehen? Mit nein! Seele auf dem Ohr! Roach! Auch der Kuh! Nicht Ghost! Weiden Sie die unteren Stockwerke und seilen Sie sich durch das Fenster ab! Verstanden! Roach, mir nah! Captain McTavish! Letzte Ebene gesichert! Wir treffen Sie unten! Im Einzelhaftblock funktionieren die Kameras nicht! Der Strom muss dort ausgefallen sein! Roger! Alle auf Nachtsicht umschalten! McTavish! Wir brüchen auf den Dekom! Hab's nie mehr fast! Lass mich hier raus! Kann sein, dass ich gerade einen von uns erschossen habe. Es tut mir leid, da war so viel los. Da, stirb! Hier werden wir raus! Sieh, Lilly! What? Shepard, was zur Hölle war das? Die Navy muss das Feuer einstellen! Die Navy ist gerade nicht zum Sprechen aufgelegt. Bereit halten! Bravo 6, Sie haben das Feuer eingestellt. Gehen Sie weiter, ich halte Sie auf dem Laufenden. Ende. Kommen Sie auf dem Laufenden. Kommen Sie hin! Ich sehe Sie! Los, los, los! Kommen Sie auf dem Laufenden. Ziel auf 5 Uhr! Der alte Durchschaum liegt etwa 10 Meter vor Ihnen, auf der linken Seite. Sie kommen nur durch die Wand rein. Kärle, die Läden bei dir auf zwei Uhr. Ich nehme meine Abkürzung. Verteilt! Rutsch! Sehle, Fläu, Uhr! Drücke vor! Sehle, Fläu, Uhr! Feinde im ersten Stock, ausschalten! Schwerer Truppen vorraus. Nicht frontal angreifen. Schnell vorrücken und von der Seite treffen. Die Granaten so werfen, dass sie hinter ihnen explodieren. Rutsch! Kontakt bei dir auf Neuen Uhr. Rutsch! Der Spender ist Leckung nehmen! Zehner ledig! McEvish! Zehn auf zehn Uhr! Rotate dich! McEvish! Kein geäußert in die Mitte der Spender! Kein feuer Schuss weg! Ziel neutralisiert! Was verloren! Boah! Bezirbisch! Bruchwärmung! Granatenbewegung! Falsches Ziel! Oh, friendly feier! Versteht dich! Zehner fast! Ach, jetzt kommt hier so einer. Nein, ich hab ja Lust auf den. Boah! Pfeikorps, Kontakt bei dir auf 12 Uhr. Kann ich feuern. Ziel neutralisiert. Pfeikorps, Pfeikorps, melde Feindaktivität. Abziel im Visier. Mann auf Boden. Ah! Bamba, Kontakt bei dir auf 12 Uhr. Oh, Mann. Verwirdes Problem. So, Leute, will ich auch sagen, dann beendet ich hier die Folge von Call of Duty Mono Warfare 2. Das ist jetzt beim nächsten Mal. Und ciao. 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 Vielen Dank.